Neue, Prinzess Charming, endlich enthüllt. Madeleine Matthias liebte früher auch einen Mann. Köln, Koh Samui, Thailand, Prinzess Charming, geht in die dritte Runde. Und zwar mit der jüngsten TV-Prinzessin, die es in der Geschichte der lesbischen Kuppelshow von RTL Plus je gab. Die neue, Prinzess, heißt Madeleine Matthias und ist mit ihren 23 Jahren deutlich jünger als ihre Vorgängerinnen Irina Schlauch, 32, Staffel 1, und Hannah Söklent, 29, Staffel 2. Wie der Sender am heutigen Mittwoch verkündete, kommt die hübsche Single-Frau mit den langen, dunkelblonden Haaren ursprünglich aus Weihe in der Nähe von Bremen. Inzwischen lebt sie jedoch im niederländischen Groningen und studiert. Wenn sie ihren Abschluss hat, will sie mit geflüchteten Menschen aus der queren Community arbeiten. Um sich als neue, Prinzess Charming, ins Dating-Abenteuer mit zahlreichen, noch unbekannten Liebesanwärterinnen zu stürzen, ist Madeleine weit gereist. Ich bin hier grad schon auf Koh Samui in Thailand und freue mich ganz doll die Frauen bald kennenlernen zu dürfen, verrät sie in einem RTL-Video. Das Allerwichtigste an einer potenziellen Partnerin sei, die Energie, die eine Frau ausstrahlt, erklärt Madeleine. Sie selber ist seit 2021 Single und hatte vorher zwei Beziehungen, davon auch eine mit einem Mann. Insgesamt 20 Kandidatinnen wollen um das Herz der neuen TV-Prinzessin kämpfen. Drei von ihnen gehen dabei erst als Nachrückerinnen ins Rennen. Auf die anderen 17 wartet bereits bei der Ankunft am Flughafen Koh Samui eine Überraschung. Wie RTL Plus ankündigte, wirft Madeleine schon hier heimlich als Mitglied des Produktionsteams getarnt einen ersten Blick auf die Startkandidatinnen, bevor die offizielle Vorstellung auf der thailändischen Insel stattfindet. Und auch, wenn die Liebesanwärterinnen bislang noch streng geheim sind, wurden zwei Details bereits verraten. Unter ihnen befindet sich sowohl eine Frau, die schon in der ersten, Prinzess Charming, Staffel dabei war, als auch eine ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat. Eine Beschreibung, die auf Steffi Stark, 28, zutreffen würde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020